Hallo! Informationen bzw. die Metadaten über ein PDF-Dokument. Um Näheres über eine PDF-Datei in Erfahrung zu bringen, gibt es mehrere Varianten. Ich möchte hier mal drei vorstellen. Zum einen, man kann das PDF-Dokument mit der rechten Maustaste anklicken. So öffnet sich ein Kontextmenü und geht dann ganz unten auf den Eintrag Eigenschaften und klickt auf den Reiterdokument. Die erste Variante. Die zweite. Man öffnet das PDF-Dokument mit einem Doppelklick. So startet man den Dokumentenbetrachter, geht ins Menü Datei und klickt hier auf den Eintrag Eigenschaften. Und die dritte Variante. Das ist ein Kommando im Terminal. Ich gehe auf Aktivitäten, starte ein Terminal. Hier mal Gnome-Terminal. Und jetzt liste ich erstmal alle PDF-Dokumente auf. Und Informationen über ein PDF-Dokument gibt mir der Befehl PDF. Info, Leerzeichen und jetzt kommt die PDF-Datei. Da kann ich hier Sternchen PDF nehmen, weil es nur ein PDF-Dokument hier gibt im Verzeichnis. Die Optionen des Kommandos werden aufgelistet durch PDF. Info, Leerzeichen, minus, minus, help. Ciao und viel Glück! Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020